so auf welcher höhe sind jetzt die die sollen irgendwie vermehrt vor uns sein was ja die mobs so auf die suche gegangen ich gebe mich gerade auf die suche da sagst du was gutes komm mal kurz wieder hoch gerade ja mein erster ist leer mein zweiter passt auch ja genau instant schaden fügen kann nicht mal die luft anhalten das kärchen ich habe ja kurzzeitig beide rausgenommen so dass er volles Ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden, wo welche sind. Klingt das so. Wenn du hier rechts rum gehst, jetzt. Ich näher mich mal von oben. Ach, du gehst von oben rein, oder was? So viel zum Thema von oben. Ach, da bist du ja wieder. Ja, genau so habe ich gemeint. Weil laut Karte müsste ja alles voll sein. Boah. Ja. Die ist voll. Die kommen aber nicht durch. Aber die kann schießen. Oh, das ist kühlewein. Oh, das ist kühlewein. Oh, ho, 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 ho. Alter, was da denn los? Ja, schieß auf uns. das skelett wollte mal aufgeräumt oder die spinne ich bringe mal runter ja glücklaufen aber also ich habe die karte gucke wenn du richtig rein so muss dann ist hier nichts das wirkt nur so auf der großen karte naja dann haben wir das jetzt ausgeleuchtet können wir hier aufmachen ja das sollte erstmal genug iron sein man kann die karte hier auch umstellen sehe ich gerade von rund auf eckig in der mitte oben neben der 1 links die taste aber die ist etwas unpraktisch wenn die da in der mitte vom mühlschirm liegt jetzt mit dem kreis drauf ja ja stimmt schon irgendwie ist die total störend halt mitten in der mitte ja da wo du mal guckst ne ja so jetzt habe ich den elektrikompressor cool wo stellen wir den natürlich natürlich falsch jubb gut dann hätten wir auch so jetzt haben wir an sich ein paar möglichkeiten entweder bauen wir irgendwie solarpanels oder die raketen weil mit der quest komme ich im augenblick nicht weiter das ist einfach zu viele ressourcen ja ich habe ja meine quest noch hm hast du deinen quest book denn schon fertig das 3er ne das ist ja da brauche ich ja noch so viel eisen ach so das kriegen wir jetzt ja hin ja wenn wir natürlich hier haben wir schon mal 2 eisen drinne und noch 3 rohlinge hier ingots brauche ich und 10 ingots brauche ich so 3 haben wir schon mal so 3 haben wir schon mal jetzt also ich mache jetzt immer alle eisendinger schmeiße ich da in die tue rein auch die fertigen ja 20 nicht mal nicht unbedingt 20 also 10 ingots auf jeden fall erstmal und 4 gold ingots hm ok ok gold ingots reicht die nuggets reichen nicht wir kriegen ne gold her ich brauchte irgendwo mal für manganese gold ingots ja wir haben eine truhe da ist gold wo und einer hier ne wir haben eine truhe mit gold also ich finde kein gold aller diebe nicht ne wir haben ein paar gold nugget sieben stück aber das reicht ja nicht hier ist doch ganz viel gold ach mensch da habe ich gleich reingeguckt warte gold ich stelle hier mal kurz ein damit du es da einfach noch reinschmeißen musst wird das ding überhaupt eingestellt das kannst du mir vorher kurz zeigen ja guck ich gerade nach ah ja hups zack du musst halt gucken einmal in den beschreibungen wie das ist wenn du sitzt da oben links musst du halt das hinlegen ja jetzt dann den gold ingot da raus nimmst dann hast du ein und unten wird das gold weniger das die chemikalie wie viel brauchst du ja dann musst du da wieder gold rausholen da reinlegen und dann hast du da quasi deinen ich hab vier alles gut achso ok der eine der oben drinnen lag den konnte ich nicht rausnehmen aber der war ja quasi fertig ja das oben ist halt äh nur das die schablone sag ich mal ja ich guck mir jetzt halt mal die anderen questbücher an hast du die storage lösung eigentlich schon fertig gemacht was ich mach mal die nächste questreihe ne die storage lösung insofern ich dafür keinen äh eisenbrauch ja du hattest du schon angefangen ne ja genau ja deswegen bin ich da nicht beigegangen weil wir ja gesagt haben jeder macht ein weil das sonst quatsch ist wenn wir alles doppelt machen richtig stor den 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 bei iron ingles hast du hier ach sort ich bin auch blöd sorting 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 barrel ja da haben wir es doch better barrel okay und dann haben wir noch gold nuggets hier oben liegen ja in der kiste hier hinter mir weißt du das auch in den elektrischen ofen rein wenn du was verschmilzt ja ja alles da rein dann hattest du hier irgendwo mal die gerätschaften da das ist ein bettabel ja perfekt so die quest war ja immer ganz einfach sorting upgrade oder storing upgrade ich nehme mal das storing upgrade ne sorting ich nehme das dolly wollte ich noch mal gucken eine dolly dafür braucht man natürlich eisen war ja klar natürlich fünf stück und ein stück holz das machen wir später was kann ich noch machen ich brauche zum einen der ender perler und zum anderen den eye of ender ich brauche zum einen der ender perler und zum anderen den eye of ender ja das oder das wird erstmal nicht möglich hast du eigentlich das zeug aus dem aus dem holz draußen eigentlich hingekriegt ja deswegen haben wir den elektrischen ofen ne ja ich habe ganz viel würmer reingeschmissen und so weiter ne ja black hole storage der fristen star was kann der äh okay wir haben ja noch sterne unten ja aber du willst gar nicht wissen wie viel eisen ich brauche dann sag es mir nicht also ich brauche jetzt noch meteor wäre noch ganz geil jetzt ja fünf meteoren wäre ganz geil das das ne das recht auch nicht mal äh ich brauche 54 eisen um das zu machen kann man denn die scheiß meteore da oben durch einfach einsammeln ne da kriegst du ja meteorik iron raus ich meine nicht zerschlagen hochheben und ne ach so ja das hätte was ach so ja das hätte was ne sorting iron chest und ne dimensional chest chest hast du keinen sauerstoff? ich hatte gerade den tank rausgenommen ach so du warst auch so schlau wie ich ja ich habe die tanks getauscht und das gibt einmal schaden mhm wenn man den ersten tank nämlich tauscht mit dem letzten tank dann ist das mhm also acht eisen habe ich schon mal das braucht auch schon wieder eisen was ich hier fahre das braucht auch eisen kannst du mal schauen und zwar gibt es enderperlen das kannst du ja knicken upgrade da such mal nach upgrades und dann guck mal nach dem fortune update upgrade das kann man in die siebe packen allerdings brauchen wir brand alloy nuggets der rest redstone alloy und diamant ist nicht das problem nur diese irgendwie brand alloy nuggets das ist die er kriegt ähm musst du mir gleich nochmal sagen hopp da komm die tun wir jetzt rüber so ähm was soll ich machen? äh bei suche mal fortune update f-o-r-t-u-n-e upgrade da sind so drei diamanten drinne ja das ähm sieht aus als würde das dafür sorgen dass wir mehr ressourcen ausliegen können das ist wie brand alloy nugget das wäre halt mal interessant dafür brauchst du enderperlen das herzustellen und gold nuggets gold nuggets hätten wir aber enderperlen ja das ist sehr kostenspülig hörst du mal raus wie man das herstellt ich klicke mich da ein bisschen durch also wenn du jetzt das anhast klicke ich halt drauf dann sag ich zum beispiel diese vibrant alloy nugget dann klicke ich die an seht ihr halt ok da brauche ich ein vibrant alloy klicke ich den an den dann kann ich oben durchklickern was ich dafür brauche und irgendwo realisiere ich dann okay da brauche ich eine enderperle und einen electric alloy weil diese anderen dinger da brauchst du wieder irgendwelche blades und keine auch da brauchst du das der was wir auch grad schon brauchen ja deswegen brauchst du eigentlich dann die enderperle und den energetik alloy den alloy smelter haben wir glaube ich irgendwo schon oder ne noch nicht naja ich versuche jetzt mal mich an diesem chemikram das mach mal kann man das denn achso oh aha das ist ja einfach das ist ja an sich einfach da erstmal alles wieder reinschmeißen so erstmal ein stack oxygen hat jemand silokon gesehen da quasi ne das ist ja SH dann ne nein wir haben das nicht was ich brauche was brauchst du denn brauchst du silikon hier nix wir haben doch diese raw silikon was denn das kannst du da nichts was machen die konnte man glaube ich nicht einschmelzen das war es nicht in den oder doch nice das brachte ich bin gelöst das kann ich jetzt einfach jetzt eigentlich craften ja die liebe welt mit dem eisen das war ja easy going 100% das war die soll ich sekros oder soll ich iron nehmen ich nehme iron ja iron ist immer irgendwo vor unserem chronischen iron mangel jetzt ziehen die scheiss dinger auch kein eisen mehr aus ne Ich hab dir mal kurz das Iron hier verwurschtelt, du schön, es fliegt zu dir. Was war das? Geil, 5 hab ich schon wieder. Kann ich ja quasi... Crafter Tier 1, okay. Crafter Tier 1. Haha, ich brauch selber jetzt viel Iron. So kann das gehen, ne? 1, 2, 1, 2. Ich sag mir, wir schlagen schon mal zusammen, nicht dafür sonst viel brauche. Haben wir zugegeben, weil es auch irgendwo Holz rumliegen? Da bestimmt drinnen. So, das haben wir auch. Guck mal, was ich jetzt andere Quest weitermache. Was soll ich denn hier bauen? Oh! Kleine Dings. Neather Quartz. Kann man Neather Quartz herstellen? Ne... Oh! Ich hab Glowstone bekommen. Glowstone? 4 Silikon. Hm. 4 Silikon und ein Galium Arsenit. Brauch ich dafür. Brauchst du noch Eisen? Äh, Eisen bräuchte ich. 4 Inget. Ich kann dir noch ein Inget geben. Und 2 Broken. Ja, ich warte. Weil ich hab meine Dings gerade fertig gemacht. Ja, ist gut. Silikondioxid. Das ist ja auch relativ einfach herzustellen, oder? Silikon und 2 Oxid. Nicht? Schade. Achso, da muss ich das machen. So, jetzt geht das wieder los. Jetzt hatten wir die Frage, ob ich 5 von den Module Stock nehme oder ein Module Crafting. Besten Module Crafting, wa? Ja. Ähm. Für das Module Stock brauche ich Enderperlen. Ja. Für das Module Crafting brauchen wir theoretisch nur 2 Iron Ingots, 2 Werkbänke und eine Module Base. Die hab ich. Okay. Dann nehm ich das andere, wa? Mit den Enderperlen. Ja, also nimm das, was du schwerer bauen kannst. Ja. Dann nehm ich eine Stock, davon kriegen wir 5 Stück. So. Iron Inget. Da kann man wieder was nachlegen. Zack. Zack. Iron. Iron. Das. Ups. Ist doch schon mal wieder ein. Nein. Ich bin zu schnell. So. Und wie kriege ich das Gallium hier zusammen? Ich hab noch ne, ne Back, ne Reward Back. Ah, ne Creeperspawner. Du spkeeping bist du vorst schon mal kurz? Im einfach wollen sie tun, sie wissen wie sechs. Und das, dieilight, die wir hier re forced. Vielen Dank.